Ich denke, das Thema ist im Moment so zerfahren, so emotional geladen, dass man eigentlich fast nicht sachlich über das Thema äußern kann, ohne da nochmal Öl ins Feuer zu gießen. Deswegen bleibe ich bei meinen Aussagen damals, als das Foto auch bekannt wurde, dass es ein Fehler war, dass es ein Eigentor war und dass man sich möglichst auch dazu äußern sollte. Jetzt nach zwei Monaten oder mehr als zwei Monaten ist das Thema noch so hoch gekocht, das habe ich so nicht erwartet, beziehungsweise hätte man vielleicht früher anders handeln können. Jetzt ist man so langsam in der Phase, das aufzuarbeiten und das ist ja auch nötig, um die Schlüssel zu ziehen, damit es in Zukunft besser wird. Deutschland hat es ja auch immer geschafft. Das ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation, das hat Deutschland noch nie erlebt, eine Gruppenphase auszuscheiden. Deswegen muss man sich schon hinterfragen und dann, wie gesagt, die richtigen Schlüssel rausziehen.